B-Bah-Bah-Bah-Bah-BA-BA-BA-DA-DA-DA-DA-DA-DA-DA-DA-DA! Wird Zeit, ein paar Leute abzuballern! Hallo Jungs! Jetzt wird ne Runde gezockt! Wow, die sieht bestimmt Hammer aus! Sag mal, glaubst du an Gott oder eine höhere Macht oder sowas? Hm... Weiß nicht so recht. Aaaaaah! Schatz, wir müssen reden. Ich wollte doch nur über die Farbe der Vorhänge reden. Okay, du darfst dem einen Hamster einen Namen geben und ich dem anderen. Also, ich nenne die kleine Lilly. Und er heißt Weltenzerstörer. Männer. Ich will, dass du heute deinen dicken *** nimmst und es mir so richtig ***. Am Ende ***st du mir auf meine ***. Ich habe absolut keine Ahnung, was du willst. Durch das ganze Rumgepiepe habe ich kein Wort verstanden. Ich liebe es, mit dir zu kuscheln. Oh Mann, ich habe die ganze Zeit schon eine Latte. Wann gibt es endlich Sex? Ich finde, du hast tolle Brüste. Deine sind aber auch echt groß. Darf ich mal anfassen? Ja klar doch. Darf ich danach dann deine anfassen? Ähm, darf ich auch mal anfassen? Perwerfling! Ja! Mach doch, was du willst. Okay, dann mache ich jetzt, was ich will. Guten Morgen! Was ist los? Hä? Das stimmt nicht. Ich kapiere gerade nicht, was du meinst. Du hast vorhin keine Emojis in WhatsApp verwendet. Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Gib's zu. Du hast eine andere. Was zur Hölle? Äh. Wie wäre es mit einem flotten Dreier? Oh ja, wer ist die dritte? Äh, ich dachte da an einen Kerl. Äh, wenn du mich mit einem Wort beschreiben müsstest, welches wäre das? Äh, sexy. Du denkst also nicht, dass ich intelligent bin. Okay, intelligent. Ich bin also nicht sexy. Äh, göttlich. Ich bin Atheistin. Kompliziert. Ach, jetzt bin ich wieder kompliziert. Waaah!